15 wichtige Änderungen für Rentner im Jahr 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten ja im alten Jahr 2023, auch immer war ja bei uns auf Rentenbescheid24.de immer gute Tradition, monatliche Änderungen in Sachen Rente und Sozialrecht bekannt gegeben, die auch für Rentner und Arbeitnehmer wichtig sein können. So haben wir im Dezember 2023 und Anfang Januar 2024 auch schon einen Ausblick auf die Änderungen der gesetzlichen Rente im Jahr 2024 gegeben, die so ganz global für das Jahr 2024 gelten. Und ich möchte heute in diesem Video mal die 15 wichtigsten Änderungen bekannt geben, die direkt ab Januar 2024 gelten, die auch für Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer und andere Personengruppen in Deutschland wichtig sein können. Sie wissen ja, es stehen dieses Jahr im Jahr 2024 viele interessante und auch finanziell wichtige Entscheidungen an. Es geht zum Beispiel um die Rentenerhöhung zum 1.7.2024. Da wissen wir also auch noch nicht so hundertprozentig genau, wo die Reise hingeht. Und dann die Zuschlagserhöhung für knapp 2 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine Erwerbsminderungsrente, Hinterbliebenenrente oder nachfolgende Altersrente bezogen haben. Die sogenannte Zuschlagslösung für EM-Bestandsrentner und die Änderungen des Hinzuverdienstes für EM-Rentner, die ja ab Januar 2024 auch gelten und vieles mehr. Und in diesem Video geht es wirklich nur um die 15 wichtigsten Änderungen, die im Januar 2024 für Rentner gelten können, wichtig sein können. Und genug der langen Vorrede, starten wir einfach mit den ersten drei Änderungen. Und zwar ab 1. Januar 2024 steigt der Mindestlohn. Das haben wir im letzten Jahr auch schon berichtet. Und zwar direkt ab dem 1. Januar 2024 geht es hoch von 12 Euro auf 12,41 Euro. Ist kein Riesenpreissprung, aber immerhin 41 Cent haben oder nicht haben. Zum 1. Januar 2025 geht es dann von 12,41 Euro auf 12,82 Euro nach oben. Minijobber dürfen mehr verdienen. Ja, also die Geringfügigkeitsgrenze stieg ab 1. Januar 2024 von 520 Euro auf 538 Euro. Das heißt also Minijobber dürfen im Monat steuerfrei 538 Euro dazu verdienen. Die Geringfügigkeitsgrenze steigt an, weil sie an die Mindestlohnsteigerung gekoppelt ist. Sie ist sozusagen damit dynamisiert. Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass Minijobber ihre Arbeitszeit nicht kürzen müssen, sondern dauerhaft bis zu 10 Stunden in der Woche arbeiten können. Dann ändert sich zum 1. Januar 2021 der Zuschuss zur Eingliederung von Arbeitssuchenden. Der wird nämlich für Arbeitgeber und für Arbeitssuchende verlängert. Arbeitgeber, die Menschen wegen längerer Arbeitslosigkeit einstellen, zum Beispiel weil diese krank sind oder weil diese behindert sind oder weil die längere Zeit arbeitslos gewesen sind und deshalb Probleme haben, im ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden, können auch künftig bis zu 36 Kalendermonate Eingliederungszuschuss erhalten. Diese Regelung gilt bis Ende 2028. Sie wurde bis dahin verlängert. Ja, jetzt gehen wir mal in die Änderungen rein, die das Soziale und die Rente direkt betreffen und zwar Änderungen 4 bis 10. Also der Klassiker, das wissen Sie auch, das Bürgergeld steigt deutlich an. Bürgergeldempfänger freuen sich. Ab Januar 2024 gibt es mehr Geld. Alleinstehende Erwachsene erhalten in der Regel Betrafstufe 1 563 Euro. Das sind 61 Euro mehr als bisher. Das Bürgergeld in der erhöhten Variante wurde ja schon Ende Dezember 2023 an die Begünstigten ausgezahlt. Ja, was aber nicht so schön ist, das muss ich auch gleich dazu sagen, aufgrund der aktuellen Haushaltslage wird für zwei Jahre befristet eine verschärfte Sanktion für Bürgergeldempfänger eingeführt, die ein zumutbares Arbeitsangebot verweigern. Das Jobcenter muss dann den Regelbedarf vollständig streichen. Für bis zu zwei Monate ist dies möglich. Ich finde, das sind keine besonders guten Nachrichten. Fünftens, davon haben wir auch schon berichtet, aber hier nochmal in der Zusammenfassung. Viele Renten sinken seit dem 01.01.2024. Viele Rentner sind wirklich sauer, die im Januar 2024 neue Rentenbescheide erhalten haben. Rückwirkend zum 01.01.2024 wird bei den Rentnern mit Grundrentenzuschlag eine Einkommensanrechnung durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass der Sonderzuschlag an Rente entweder gekürzt oder vollständig gestrichen wird. Bei manchen Rentnern sind das bis zu 100 Euro weniger Netto-Rente im Monat, meine Damen und Herren. Das ist viel Holz, was da im Einzelfall verloren geht. Da kann ich wirklich nur sagen, bitte konkret im Einzelfall alle Rentenbescheide oder ihren Rentenbescheid prüfen lassen. Die sechste Änderung, das sind neue Beitragsbemessungsgrenzen und Jahresarbeitsentgeltgrenzen, die ab 1. Januar 2024 gelten. Und zwar Beitragsbemessungsgrenzen und Jahresentgeltgrenzen steigen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung. Die Grenzwerte werden jährlich an die Einkommensentwicklung angepasst. Damit wird gewährleistet, dass die soziale Absicherung stabil bleibt. Das ist so der Hintergrund. Die einzelnen Werte können Sie im Internet nachlesen. Siebte wichtige Änderung, das wird die private Krankenkasse nicht so, oder die Krankenversicherung und deren Verbände nicht so dolle freuen. Der Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wird für einige Arbeitnehmer, die ab dem 01. Januar 2024 von der neuen Jahresarbeitsentgeltgrenze von 69.300 Euro profitieren, dann erleichtert werden. Das heißt, die Arbeitnehmer werden dann automatisch, wenn sie weniger als die 69.300 Euro verdienen, aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie unter 55 Jahre alt sind und es nicht noch andere Ausschlusstatbestände gibt. Von diesem Automatismus gibt es aber Ausnahmen, wenn zum Beispiel auch die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze hier greifen würde. Die liegt etwas niedriger. Dann achte wichtige Regelung in den Renten, die Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten steigen. Davon haben wir auch schon im Jahr 2023 berichtet. Die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung steigen im Januar, ab dem 01. Januar 2024 automatisch an. Und zwar bei Rente wegen voller Erwerbsminderung auf 18.558,75 Euro. Bruttojahresverdienst und bei Rente wegen teilweise Erwerbsminderung die Mindesthinzuverdienstgrenze von 37.117,50 Euro. Das sind die beiden doch recht erfreulich hohen Hinzuverdienstgrenzen bei den Erwerbsminderungsgrenzen. Diese Hinzuverdienstgrenzen, und das ist neu seit 2023, sind dynamisiert und an die Entwicklung der monatlichen Bezugsgröße des jeweiligen Jahres geknüpft. Das, finde ich, ist eine gute Regelung. Da müssen wir da nicht ständig auf neue Werte warten, sondern da geht es automatisch nach oben oder bleibt vielleicht so oder geht es sogar nach unten, wenn die Bezugsgröße sinken würde. Die neunte wichtige Regelung haben auch nicht viele auf der Pfanne sozusagen. Die Einkommensfreigrenzen bei der Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung steigen ab Januar 2024. In der gesetzlichen Krankenversicherung ist kostenfrei familienversichert, wer entweder kein eigenes Einkommen hat, welches höher als 505 Euro ab 01.01.2024 ist oder ein Minijob bis 538 Euro ausübt. In die Familienversicherung kann man im Regelfall nur kommen, wenn man verheiratet ist und mit einem Ehegatten verheiratet ist, der in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Auch Kinder und Eltern können in die Familienversicherung hineinkommen. Es gibt noch andere Personenkreise, die davon betroffen sind oder begünstigt sind. Die Einkommensgrenzen in der Familienversicherung sind ebenfalls dynamisiert, entweder an die Bezugsgröße, die als Rechengröße ja bekannt ist, bekoppelt oder an die Geringfügigkeitsgrenze. Dann zehnte wichtige Änderung. Es gibt ab dem 1. Januar 2024 ein neues Sozialgesetzbuch. Das haben auch viele Leute noch gar nicht so mitbekommen. Und zwar tritt das neue Sozialgesetzbuch 14 grundsätzlich zum 01.01.2024 in Kraft. Das soziale Entschädigungsrecht wird umfassend klar und transparent gesetzlich geregelt, damit Opfern von Gewalt, auch Terror und sexuellem Missbrauch schneller und zielgerichteter geholfen werden kann. Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Das SGB 14 ist wirklich ein riesen neues Gesetzeswerk und soll zur Rechtsvereinheitlichung gelten. Warten wir mal ab, ob es wirklich so hilfreich ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich in der Praxis dann doch die Vorteile zeigen werden. Die 11. Änderung, Pflegegeld und Co. erhöht sich zum 01.01.2024 um 5%. Das Pflegegeld wird um 5% erhöht. Das gilt auch für ambulante Sachleistungen. Ab dem 01.01.2024 gibt es für die Angehörigenpflege jährlich Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld von 10 Tagen. Vorher war es nämlich nur ein Tag. Der Zuschuss für Pflegebedürftige in vollstationären Pflegeeinrichtungen wird auch erhöht. Davon haben wir auch schon im Jahr 2023 berichtet. Ja, und was ändert sich nun für Rentnerinnen und Rentner im Januar 2024 in Sachen Finanzen? Da geht es los mit der 12. Änderung. Der Grundfreibetrag im Steuerrecht steigt ab dem 01.01.2024 oder ist ab dem 01.01.2024 angestiegen. Und zwar auf 11.604 Euro. Zu versteuerndes Einkommen, das ist das, darunter versteht man das Gesamteinkommen, bis zu einem Betrag von 11.604 Euro ist ab dem 01.01.2024 grundsätzlich steuerfrei. Nach dem deutschen Steuerrecht. Ich finde eine wichtige Entlastung für gesetzliche Rentner. Der Besteuerungsanteil, 13. Änderung, steigt ab dem Rentenbeginn 01.01.2024. Und zwar der Rentensteuerfreibetrag sinkt ab Beginn einer gesetzlichen Rente am 01.01.2024, also dessen Rente im Jahr 2024 beginnt auf 16% oder andersherum der steuerpflichtige Anteil der Rente steigt auf 84%. Das entspricht immer noch der aktuellen Rechtslage. Der Gesetzgeber will aber eine andere Regelung schaffen und den Besteuerungsanteil ab 2023 nur noch um 0,5% Punkte ansteigen lassen, sodass, also bis es im Jahr 2058 dann eine 100%ig steuerpflichtige Rente geben wird. Und 14. wichtige Änderung, das sind die Erhöhung der kranken Kindertage. Und zwar die Kinderkrankentage werden für das Jahr 2024 mit Beginn 01.01.2024 auf 15 Tage erhöht. Und diese Regelung gilt pro Kind und Elternteil. Vor der Corona-Pandemie waren es regulär 10 Tage. Für alleinerziehende Eltern sind es dann 30 Tage statt 20 Tage. Das ist auch eine Neuregelung, die ab dem 01.01.2024 gilt. Wenn Eltern die Kinderkrankentage in Anspruch nehmen, bekommen sie dafür Kinderkrankengeld. Auch eine gute Lösung. Es beträgt in der Regel 90% des ausgefallenen Netto-Arbeitsentgeltes. Und im Übrigen bitte nicht vergessen, dieses Kinderkrankengeld ist auch rentenversicherungspflichtiges Einkommen. Fünfzehnte und letzte Änderung, die aus unserer Sicht wichtig ist, die aber auch sehr, sehr ärgerlich für uns alle, auch für Rentner ist. Der CO2-Preis pro Tonne steigt ab dem 01.01.2024 oder ist ab dem 01.01.2024 gestiegen. Der CO2-Preis für Benzin, Heizöl und Gas steigt auf 45 Euro pro Tonne. Die Subventionierung hat die Ampelregierung last but not least über Nacht einfach so gestrichen. Damit steigen für uns Endkunden, Verbraucher, Rentnerinnen und Rentner auch die Kosten an der Tankstelle beim Heizöl, Strom und Gas. Gerade für die Ärmsten von uns oder für diejenigen, die wenig Rente haben, ist das eine bitterböse Regelung, weil hier wird es nämlich dann am Ende teurer für alle. Ich sage nur, keine wirklich schöne Sache. Ja, und dann zum Schluss. Der Zahlungstermin für die Rente im Januar 2024 steht ja auch bald an. Der 31.01.2024 ist der letzte Bankarbeitstag im Monat Januar 2024. Das Rentengeld wird an diesem Tag entweder vorschüssig für die Februar-Rente oder nachschüssig für die Januar-Rente 2024 gezahlt. Alle, die auf die gesetzliche Rente angewiesen sind, warten wieder sehnsüchtig auf den 31.01.2024. Das ist ein Donnerstag. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein, die 15 wichtigen Änderungen für Rentner im Jahr 2024. Diese Änderungen können Rentner, Arbeitnehmer, Unternehmen und sie natürlich direkt ab dem 01.01.2024 treffen oder aber auch nur indirekt. Es gibt sicher, da bin ich mir ganz sicher, noch viel, viel mehr Änderungen, die wichtig sind. Aber dies soll es erst einmal gewesen sein für den Monat Januar 2024. Seien Sie bitte gewiss, die nächsten wichtigen Änderungen für den Monat Februar kommen auch noch in Kürze. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf RentenBescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Dann gehen Sie bitte.